Audax Randonneurs Allemannia, das 400 Kilometer Brevi von Küste zu Küste im Herzen von Schleswig-Holstein. Gruppe fahren? Bei Kälte, Wind, Regen und Hagel von der Ostsee an die Nordsee. Komm mit, sei dabei. Faszination Brevi fahren? Das ist Audax. Willkommen, hier ist Guido der Radwanderer mit dem letzten und dritten Teil von der 400 Kilometer Tour von Küste zu Küste. Im ersten Teil sind wir ja von Kiel nach Glücksburg hochgefahren. Zweiter Teil war dann von Glücksburg über Husum runter nach Melldorf. Und nun geht es von Melldorf so langsam in den Abend und in die Nacht rein nach Bad Bramstedt. Dann hoch Richtung Norden über Breds dann nach Kiel zurück. Das ist jetzt der Checkpoint 6 in Melldorf gewesen. Oh, das hat leider nicht geklammelt in Empfang. Ja, wir hatten noch die gute Bewertung vom letzten Jahr in Elton. Deswegen suchen wir jetzt irgendwie eine Tankstelle. Ein paar wollen irgendwas Warmes trinken. Und hier nochmal diese Animation von ein paar Teilnehmern, der trackt. Also Carsten ist jetzt mit ein paar anderen doch deutlich voraus. Die sind jetzt vor Bad Bramstedt. Boah, ich darf kalt. Einmal stehen. Und dauert das erstmal einen Augenblick, bis man wieder warm ist. Da ist auch schon eine Aral. Und in den 16 Kilometern haben wir eine Fähre. Und da geht es jetzt nach Bad Bramstedt. 260 Kilometer haben wir. Bad Bramstedt ist bei 330. Also knappe 60. Ja, irgendwie war der Plan anfangs, ein paar wollten was Warmes trinken oder essen. Bei der nächsten Tankstelle anzuhalten. Aber ja, die Gruppe fuhr weiter. Und die, die wohl was trinken oder essen wollten, wollten wohl nicht raus. Also fuhren wir insgesamt mit den sechs Leuten, die wir waren. Dann weiter Richtung Bad Bramstedt. Es ging jetzt mal wieder Richtung Kanal. Einmal mussten wir ja nochmal rüber. Musik. Musik. Musik Musik Hier fährt ein廉 höchstens Das war's. Und so ging es dann noch einmal in Abendstimmung über den Kanal. Das war nur die zweite Fahrt über den NOK, jetzt haben wir genau 20 Uhr und laut Regenreiter haben wir eine Stunde trocken und dann soll der Regen auch für uns kommen, obwohl es hier schon geringet hat. Die Straße ist ein bisschen nass. Ich weiß nicht, ob die Gruppen vor uns hier schon nass geworden sind. Und wie weit haben wir noch? 50 Kilometer nach und dann gehen wir wieder Richtung Norden. Die Straße ist ein bisschen nass. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und wir sind endlich in Bad Bramstedt, so ein bisschen vorher fing es leicht an zu regnen. Kontrolle 6 bei Kilometer 330. Also knappe 80 Kilometer haben wir noch bis nach Kiel vor uns. Es ist auch schon richtig böse kalt nun. Ja, mal so kurz nach 10 Uhr in der Nacht oder am späten Abend sind wir da angekommen. Also wir haben da auch ein bisschen gesessen diesmal in der Tankstelle. Ich habe aber nicht mehr ganz so viel gefilmt, ich war damit beschäftigt mich nochmal umzuziehen. Also ich hatte einen Vliespullover mit, habe den dann schon angezogen, also mich halb umgezogen und dann mich bisschen regendicht gemacht. Hat doch wieder meine Plastiktüten da innerhalb der Schuhe drin reingesteckt, dass die Socken trocken bleiben oder dass ich das hoffe. Und nun sind wir ein kleines Stück aus Bad Bramstedt raus und dann wurde es doch deutlich mehr am Regnen, sodass sich dann auch noch ein paar andere umziehen wollten. Ja, es ist ordentlich am Regnen, wir haben es 23 Uhr genommen. Wir sind gerade aus Bad Bramstedt raus und es ist richtig doll am Regnen. Ja, da ist wohl irgendwie Wasser ins Mikro gekommen, deswegen hört sich das so ein bisschen komisch an. Ich hatte mir dann wieder meine Wollhandschuhe, die normalen Radhandschuhe ausgezogen, die sind eh ruckzuck nass dann und habe mir wieder meine Abwaschhandschuhe angezogen. Dass ich zumindest nicht so ganz so doll den kalten Wind an der nassen Hand habe. Und dann ging es also erstmal eine lange Weile im strömenden Regen, bei mittlerweile so 2 Grad hatten wir glaube ich. Dann Richtung Prezhoch. Ich habe nun auch nicht mehr ganz so viel gefilmt, weil ich doch ziemlich am Ende war. hier sieht man nochmal Carsten mit dem Trupp, mit dem er unterwegs war, wieder ein bisschen vorweg. und wir hinterher. Ich habe dann auf dem Weg nach Prez irgendwann auch aufgehört mit dem Trupp mitzufahren. Also mir wurde dann immer übler im Bauch und die Leistung ging doch rapide runter. Und dann irgendwann entschied ich mich da abreißen zu lassen und dann mein eigenes Tempo zu fahren. Ein weiterer Teilnehmer ist in der Tankstelle in Bad Bramstedt geblieben. Der wollte da noch ein bisschen ausruhen, sodass wir jetzt also zu 5 sind und ich die 4 dann irgendwann alleine weiterfahren lasse. Und ich werde sie dann in Prez wiedersehen, am letzten Checkpoint vor Kiel. Ja, bei dem ganzen Regen, also meine Hose hat dann doch nicht so recht dicht gehalten. Irgendwann lief es mir mehr und mehr in die Socken und in die Hose. Ja, ich kam noch ziemlich kaputt in Prez an. Zum Glück war es ja nicht mehr ganz so weit nach Kiel. Die anderen waren noch da. Aber sie hat dann auch gesehen, dass es mir überhaupt nicht gut ging. Ich habe mich da irgendwie hinlehnen müssen und da irgendwie mein Oberkörper auf diese Schränke da gelegt, weil es mir, also mir ging es richtig übel. Wäre auch gern reingegangen, aber der hat einen Nachtschalter, sodass man da nicht rein konnte, sich ein bisschen aufwärmen konnte. Also nur dieses Foto gemacht, hochgeladen und dachte dann auch, ja, soll ich mich da ausruhen? Also mir war nach Ausruhen, aber es gab halt keine Gelegenheit. Es war ja mittlerweile jetzt auch halb zwei, sodass es da auch in Prez, da habe ich nichts gefunden, wo ich immer sagte, da könnte ich mal irgendwo rein, dass ich mal so ein bisschen Wärme habe. Vielleicht war es aber auch ganz gut, sodass ich dann alleine weiter bin. Die anderen sind vorausgefahren, haben auch gefragt, ob ich, ob sie mir irgendwie helfen können, ob sie mich da so alleine lassen könnten. Also sie merkten halt auch, dass es mit mir nicht mehr so gut aussah. Also das sind nur wiederholte Bilder jetzt hier im Hintergrund, weil ich sonst einfach nichts mehr gemacht habe. Wir waren nicht mehr danach irgendwas zu filmen. Es war ja auch nichts mehr zu sehen. Man sieht halt so einen kleinen Kegel vom eigenen Licht auf der Straße. Und so habe ich mich dann doch ziemlich bis nach Kiel gequält, muss man schon sagen. Und war heilfroh, als ich da angekommen bin. Die anderen haben dann sich einen Burger gekauft. Mir war nur noch danach, möglichst schnell zum Radärz, also zum Auto zurück. Und dann nach Hause, ab ins Bett. Aber ein Kollege, der da eben saß, der sagte auch, das war so mit, also wirklich ein sehr, sehr hartes Privet. War wirklich sehr anstrengend, also da war ich wohl nicht der einzige, dem es so ging. Der hat längere Zeit auf ein Taxi gewartet, weil er irgendwie die sieben Kilometer zum Auto nicht mehr fahren wollte. Und hier nochmal die Bilder, die ich dann überall an den Checkpoints gemacht habe mit den Durchfahrtszeiten, die ich hatte. Ich werde keine gute Nacht haben. Ich bin ja erst spät im Bett und bin recht früh wieder wach. Und brauchte dann echt den ganzen nächsten Tag, um mich zu erholen und dann wieder eine lange Nacht, bis ich mich dann wieder richtig fit und gut fühle. War also eine interessante Tour, möchte ich mal so sagen. War lehrreich. Ich werde es also beim nächsten längeren Privet anders machen mit dem, was ich esse und was ich an Medizin mitnehmen werde. Mach ich dann mal ein kleineres Video davon. Also bis zum nächsten Video. Schönen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Tschüss. rine